Moin zusammen! Endlich geht es los, Wildflowers ist erschienen und ja, wir starten direkt rein, würde ich sagen. Ich sehe nämlich gerade, ich hätte die Möglichkeit, auch die Demo vorzusetzen. Werde ich aber nicht machen, ich fange nochmal komplett von vorne an, ist glaube ich besser. Ja, ich freue mich auf ein schönes Spiel, ich hoffe ihr euch auch. Wir starten in ein neues Spiel rein. Los geht's! Los geht's! So, da kommen wir an, in Fairhaven. Die Stadt mit all ihren Schönheiten und Geheimnissen. Und ich weiß schon, was ich gleich als erstes machen werde, wenn ich bei der Oma bin. Aber ich verrate es noch nicht. Excuse me, would you happen to know the way to Hazel Wild's farm? Tara? Oh my goodness, it really is you, isn't it? Lena? I haven't seen you since I was tiny. It's good to see you again. I heard you were coming to stay with your grandma Hazel. Now, do you remember the way? Uh, no. I don't remember much from that time. No problem. Go up the stairs behind me and turn left at the top. Then just follow your nose till you get to Hazels house. Go up the stairs behind you, then turn left and follow the path. Also, ich hätte den Weg noch gekannt. Gut, also, auf zur Großmutter. Da gehen wir jetzt direkt hin, ohne Großmutter mit irgendjemandem zu reden. Ich hoffe, keiner fängt uns hier ab. Ich muss ja eh noch alle kennenlernen. Also, wieder kennenlernen. Naja, dann machen wir noch, dann machen wir noch. Aber erstmal zur Grandma. Da sind wir auch schon. Da sind wir auch schon. Da sind wir auch schon. Blasted, russy old crank. Hmph. I ought to blast you. Not a bad idea, actually. My charm will bind, turn and unwind. Ha 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 ha. Ah, look at it go. Uh, Grandma? Oh, it's you. Oh, my little honeybee. I'm not so little anymore, Grandma. No, I suppose not. I'm so glad you've come. Me too. How can I help out around here? I don't know much about farming, but maybe you can show me the ropes. Uh, well, oh, now that you mention it, I haven't got the spring crop of potatoes in yet. Let me help, Grandma. Why don't you give me those seeds and I can get them planted? That would be a good start. Here's the seeds. Jawoll, Kartoffeln. Just throw them to one of the garden beds there and scatter them about. Ja, das machen wir doch, das machen wir. Ja, das weiß ich noch. Kartoffeln sehen, hier, zack, anklicken, Kartoffel rein. Einfacher könnte es nicht sein. Genau, richtig, Finketten. Ja, für natural. Jetzt musst du sie wasern, wenn du sie wollen, sie zu growen. Jo, das machen wir. Machen wir einmal, ja, ja, ja. Also, ab zum Brunnen, Wasser auffüllen und gießen. Jetzt könnte die Oma auch alles zurecht zaubern, ne? Das ist ja alles Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hier. Ja, jetzt. Das sollte es tun. Es wird ein paar Tage dauern, aber es ist ein Start. Oh, und ich dachte mir, ein paar Muschröme zu kuchen. Wie würdest du Muschröme-Soup für Abend? Hm, ist es das gleiche, was du gemacht hast, als ich klein warst? Weil, wenn es ist, ja, bitte. Schön. Du findest viel Muschröme, gut für essen, wenn du einen Weg nach dem Bergstuhl ein wenigstens. Warte, wir müssen selbst entscheiden, was wir selbst entscheiden? Nein, das ist nicht die Stadt, Honeybee. Außerdem, die Muschröme-Soup für heute sind besser. Ja, wenn sie nicht die Art, die dich zäunen. Du bist einfach gut. Ich werde mein Best. Ist da noch etwas anderes, was ich für dich tun kann? Well, wenn du willst, wenn du ein paar neue Säden in der Stadt gehst, dann wäre es ein guter Moment, wenn du nachher und zu sehen, den Herr. Entschuldig dich. Er ist in der Stadt Halle, ein großes Gebäude in der Mitte der Stadt, mit einer Flagge über die Tür. Du kannst es nicht missen. Ich werde dir gut geholfen, und dieser Pfarrer, Grandma. Ich bin so glücklich, dass du hier bist, mein süßes kleine Honeybee. Okay, hier bin ich, pfarrende. Genau, ich gebe mein Bestes. Ja, Pilze sammeln, Kartoffeln holen, Hallerbisse, Eisbrecher mit dem... Ich habe ja nichts mehr, ne? Mit dem Bürgermeister reden. Und ich weiß, dass es immer wieder eine Quest gibt, alle kennenzulernen. So, ähm, das erste, was ich jetzt mache. Ich schaue in diesem Schuppen nach, ich hoffe, ich komme da jetzt rein. Aha. Oh. Sorry, ich war nur... ...schau, wie du gesagt hast. Ich meine nicht, zu kreien. Oh, nein, nein, es ist okay. Ich war nur nicht so gut mit meinen Händen, wie er war. Er gab die meisten seiner Tools zu Thomas, seit ich wusste, dass er sie zu guter Use gebracht hat. Wenn wir dieses Ort auf und zu gehen wollen, dann brauchen wir das Werk hier auch. Wir haben immer viel mehr Geld von seinen Kraften gemacht, als nur das Farnprodukt selbst. Wenn du es mal deine Hand anzuprobieren möchtest, habe ich die Blueprints zu all seinen Tools hier. Perfekt. Gleich schon alles dabei. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Handwerk, Tara, aber ich werde es für uns versuchen. Ja, genau. Und das wurde mir eine Demo so ein bisschen, äh... Oder da wurde gesagt, na, du hast ja gar nicht in der Werkstatt nachgeguckt. Jetzt weiß ich auch, warum. Ich kann hier was bauen. Was haben wir denn? Wir haben eine Papierpresse. Wir haben Kerzentauchstation. Sehr geil. Äh, ein Gärfass und ein Entsafter. So, und da kommen noch ein paar Sachen. Vier Sachen noch. Ich weiß nicht, ob das alles ist. Wir werden es sehen. Was braucht man denn für so eine Papierpresse? Nur Holz. Ah, weg. Hier brauchen wir schon Eisen wahrscheinlich. Da auch. Hier auch. Okay, und eine ganze Menge Holz. Ähm, ja, da kümmern wir uns später drum. Die Oma möchte Kartoffeln haben. Und... Wir sollen uns beim... An die Pilze wollen wir uns erstmal haben. Holen wir doch erstmal die Pilze. Fangen wir mit Pilze an. Wenn wir die Pilze haben, da an. Gehen wir mal zum Bürgermeister. Können wir an dem Laden vorbeischauen, wo es die Saaten gibt. Ich glaube, ich weiß noch, wo das war. Ja, das glaube ich auch. Auch für die Großmutter. Ja, ja, der Zahn, äh, der Zeit. Macht an uns allen. So, ich brauche nur zwei, aber ich nehme noch extra eine mit. Das nehme ich auch mit. Und schon geht es wieder los. Man sammelt alles ein, was bei drei auf dem Baum. Das könnte ich eigentlich auch einsammeln. Hier könnte ich angeln. Ist aber noch nicht. Kann ich eigentlich auch sprinten? Ich kann eine Karte aufmachen. Nee, sprinten. Ich kann mich angucken. Ich kann viele Knöpfe drücken. Aber sprinten vermag ich nicht. Aber wir haben auch Zeit. Uns hättest ja keiner. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Ähm, gut, die Pilze, die kann ich ihr doch schon mal bringen. Ist sie drin, ne? Jawohl. Ähm, Pilze. Ah, Spring ist die Zeit, wenn die Erde wieder wachst. Du kannst für die Gäste, die die Lande aufbauen. Wenn du nicht mehr wissen willst, hast du einen Baum gefunden? Mh, hab ich, hab ich. Will diese funktionieren? Die sind schön, plumpen. Du bist ein natürlicher Verbringer. Als ich aus der Suche kam, kam ich auf diese alten Mäne. Du hast mir gesagt, dass es in den Gäste gibt. Erinnerst du? Ich habe dir das gesagt, habe ich gesagt. Es war ein smartes Weg, ein kurioses kleine Mädchen aus dem Gefahr zu halten. Das Holz und das Stadion rotteten durch. Schade. Ich bin sicher, dass es noch perfekt gut ist. Oma kocht etwas aus den Pilzen. Das ist sehr gut. Bei Oma haben wir schon Steine im Brett. Drei Herzen. Klar, ist ja auch unsere Oma. Ähm, ja, dann gehen wir mal in die Stadt, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob in der Mine nicht vielleicht doch Goblins drin sind. Vielleicht ist da was dran. Wer weiß, wer weiß. Ähm, nee, ich gehe jetzt einmal zum Bürgermeister. Weil ich soll mich ja eh jedem vorstellen. Und ich weiß nicht, ob er das dann speichert. So, der Bürgermeister. Da ist er, da wo die Musik rauskommt. Der hieß Otto Stark, glaube ich, ne? Ich glaube... Ach, Soft. Soft wie Stark halt. Mach ich, mach ich. Wir sind eine freundliche Stadt hier in Fairhaven. Wir wollen sicher, dass du gut gut getroffen hast. An diesem Ende wollen wir, dass wir alle treffen. So, wir haben es ein kleines Spiel gemacht. Meine Fairhaven-Folkze, lassen Sie mich wissen, nachdem sie dich haben. Das ist so, dass ich dir einen Preis geben kann, nachdem du alle kennengelernt hast. Es ist wirklich ziemlich klug und progressiv. Plus, ein bisschen schrecklich. Du bist lustig. Anyway, komm und sieh mich, nachdem du alle kennengelernt hast. Jo, und das werden wir natürlich machen. Und der Bürgermeister möchte, dass du jeden in der Stadt kennenlernst. Das scheint eine Art Spiel zu sein. Drei kennen wir schon. Den Bürgermeister, die Oma. Achso, und hier... Wer war denn das dann nochmal? Ich habe Schöne vergessen. Also, ich habe sie anscheinend nicht kennengelernt. Dann lass doch mal in den Laden gehen, wo es... Otto Soft, Otto Stark. Ja, weil irgendwie so ähnlich war es halt, ne? So, hier war der... Oh, dass ich das noch weiß. Genau, und die Dame kennen wir doch auch noch. Oh, das ist schlimm. Jo, jetzt wo die ihre Familienangelegenen geklettert haben, können wir doch mal schauen, was es zu kaufen gibt. Äh, habe ich überhaupt Geld? Habe ich, habe ich Geld? Habe ich 50 Münzen, habe ich. Ne, ein Ei will ich nicht. Aber ich kaufe eine Kartoffel. Ich werde eine Kartoffel kaufen. Dann kann ich das zweite Feld bestellen. Jo, das war es auch schon, ne? Mehr brauche ich gar nicht. Mh, oh, hier, er hat Quests. Hey, how's it going? I'm Damon. You're Hazel's granddaughter, yeah? Mh, how did you guess? You got the same eyes. They say, I'm beautiful, but... I don't suffer fools. I'll take that as a compliment. I run the bar. Stop by for good vibes and a sympathetic ear any old time. Yeah, thanks. Awesome. Oh, hey, Bruno. Damon, I want to settle up for last night. Sorry I didn't have it on me at the time. Oh, that's all right. I knew you were good for it, but, uh, thanks. Fisch just haven't been biting lately. But I got Otto to float me for a week. I wish you hadn't told me that. Your son already has it out for me, Bruno. That's not so. He's just a teetotaler, that's all. And who's your new friend here? Guten Tag. You're Hazel's granddaughter, aren't you? Yes. Are you German? And also psychic? I'm Bruno. Don't actually speak much in my native tongue, but I try to keep up some traditions and you're just the picture of your grandma and she was a girl. I am? Yeah. She was a real spitfire back then too. Hasn't changed much. I see you met Damon. Tara, watch out for this boy. He's trouble. Hey, hey, hey. I'm trying to make a good first impression here. Do you mind? Ja, der Bruno ist anscheinend ein bisschen abgebrannt. Vielleicht müssen wir den noch so ein bisschen unterstützen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, jetzt will ich mal kurz gucken. Äh, wo habe ich denn meine Quest? Aufgaben. Pilze unter uns. Oma, genau. Das haben wir schon. Warte, bis sie getoffelnreif sind. Äh, der allerbeste Eisbrecher. Ja gut. Jetzt sollen wir alle kennenlernen. Wir machen mal so eine kleine Runde, würde ich sagen. Was ist hier los? Auf Öffnungszeiten. Was haben wir heute eigentlich? Was haben wir denn für einen Tag? Montag. Ja, Montag geschlossen. Ist klar, Bruno läuft ja auch hier rum. Aber mein lieber Bruno, so kannst du kein Geld verdienen. Aber gut, wenn die Fische nicht beißen, dann kannst du auch nichts verkaufen. Ja, hallo. Ja, fein. Oh. Richtiger Schnurri. So, die Katze haben wir auch schon mal. Seltsame Katze. Die Katze haben wir auch schon mal kennengelernt. Und jetzt gehe ich mal hier rein. Hier war ich. Ich weiß gar nicht, war ich in der Demo hier drin? Doch, wir haben uns kennengelernt. Ich seh nix. Ich seh nix. Ja, das war kurz und knapp. Aber mehr braucht es ja nicht. Cameron Connor. Okay, ne, Cameron. CC. Also wie ich. Cap'n Casual. Oh. Ach, hier wohnen die Softs. Stark wie Soft. War keiner da. Okay. Ich dachte, er hat jetzt heute mit den Zaun an den Kopf. Ähm. Genau, seine Frau lerne ich auch noch kennen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo die war. So, latschen wir mal kurz auf den Friedhof. Ja, moin. Hallo, Vögel. Einmal aufscheuchen alle. Kann man hier eigentlich irgendeinen Grabstein lesen? Das habe ich in der Demo mit mir auch nicht angeguckt. Aber so wie es aussieht, nein. Nee, sieht nicht so aus. Ich hätte schon die Inschrift für Mainstein. Hier liegen meine Gebeine. Ich wollte es werden deine. Ich glaube, das machen die da nicht drauf. So. Ah, da-dam-dam-dam. Können wir hier rein? Nee. Ah, die haben alle zu. Was ist denn hier los? Montag ist hier Ruhetal anscheinend. Ah, hier, unsere Metzigerin. Ja, moin. Äh. Ja. Die Partnersuche, ein bisschen was mit beiden. Der Beruf. Hm. Ich frage mich immer, wie ist das mit so einem Ding in der Nase, wenn du schnupfen hast? Da stelle ich mir mega umständlich vor. Ich möchte es aber auch nicht ausprobieren. So, was war hier eigentlich? Hier war nix, ne? Nische. Was ist das eigentlich? Zuhause von Bruno? Ah. Der Bruno wohnt ja. Schön auf dem Hausboot. Ähm, warte mal, hat das Ding irgendwie Abfahrtzeiten? Haut er irgendwie ab? Fähre, Fähre nach Milkwater. Nur im Voraus gelöste Tickets. Das haben wir garantiert nicht. Warte mal, da vorne ist... Ich weiß nicht mehr, wie das Mädel heißt. Zum Glück sind die nicht schnell. Warte, warte, ich seh nix, ich seh nix. Äh, wir müssen reden. Ja, dann wartet mal. Geht dir mal Mühe. Also, ähm... Hi. Er ist aber auch am Grinsen, der Bürgermeister. Ich bin Juliette. Ja, sie war sehr kurz angebunden. Ah, tschö. Hm, ja, so sind die jungen Leute. So, wer bist du denn? Ich hab den Namen vergessen. Angus. Okay. Ach ja. Der war ein bisschen von sich eingenommen. Hm? Definitiv. 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 Okay. Gut, dass wir das wissen. Ähm. Gehen wir mal am Strand weiter. Da waren ja auch noch ein paar Leute. Tudum. 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 Hm. So, hier müssen wir... Oh, da schauen wir jetzt mal vorbei. Ach, guck mal. Da ist die Frau vom... vom Oddo. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Vanessa. Ah. Oh, die First Lady. Wie ist deine Großmutter? Sie ist... Well. To be honest. Sie ist nicht zu gut. Das ist, warum ich hier bin. Es ist wunderbar, dass du sie herkommst. Lass mich wissen, ob es irgendeine Weise gibt, die ich zu helfen kann. Mach ich. So, guck mal. Halbzeit haben wir schon. 11 von 22 Leute. Kennen wir ja. Vanessa Soft. Ähm. Und hier am Strand war auf jeden Fall einer. Aber auch bei dem weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Land und Meer. Ah. Ich rieche die frische Salzluft. Da bin ich auch mal gespannt, ob noch mit dem irgendwas passiert. Mit dem... Mit dem Leuchtturm. Ach, hier wollte ich ja letztes Mal Äpfel klauen. Das ging nicht. Ja, den meinte ich. Bleib mal hier, Junge. Hey, Bro. Hey, aber... Ah, Kai, okay. Nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Oh, sie läuft weg. Mach ich. Mach ich. Schau ich vorbei. Sag doch einfach, m'kay. So, ihr beide. Kennt ihr es noch nicht? Mhm, mhm. Mach ich. Ja, schönen Kaffee könnte ich jetzt vertragen. Ich hatte hier eben auch einen, aber jetzt guckt mich nur noch traurig so eine leere Tasse an. Schade. 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 Dann nehmen wir mal mit eine Muschelschale. Mal gucken, was wir machen können. So, hier ist, glaube ich, überall zu, ne? Aber gut, ich kann ja auch nicht einfach in die Buden reinlatschen. Das geht ja nicht. Kommst du hier neu an? Latscht erstmal überall rein. Ich meine, wie sieht das aus? Was sollen die Leute von mir denken? Und das ist auch langsam schon spät. Aber da tehmen wir auch noch auf hier. Sehr schön. Annena. Sehr gut. Was ist das? Seetank. Muscheln. Muschelschale. So, ich glaube. Ja, die machen auch... Warte mal, da könnt ihr aber gleich nochmal... Eigentlich könnte ich doch gleich nochmal zum Dings. Zum Laden da, zu der Kneipe oder Bar oder was auch immer. Weil da treffen die sie doch. Das wäre doch die Gelegenheit, Meere auf einmal zu treffen. Oh, warte mal. Kann man hier irgendwas pflücken? Kann man das... Kann man nicht. Nein. Nein, das geht nicht. Aber versuch mal klug. So, war hier unten ein oder was? Muscheln. 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 Krabbe. Kann ich nicht aufheben. Ja, Möglichkeiten zu fischen. Die Angel kriegen wir auch bald. So, was ist eigentlich, wenn ich Axt... Äh, X-Drücke? Axt-Drücke, ja. Hm? Also, ich sehe mich. Achso, das wollte er mir wahrscheinlich nur erzählen da oben. Drück mal X, Käpt'n. Drück X. Da, 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 da. Weißt du was? Dann gehen wir mal... Dann laufen wir mal kurz gegen die Laterne. Und dann... Ähm, ja, wir können hier nochmal lang laufen. Aber ich glaube, ich glaube, zu bestimmten Zeiten sind die auch schon alle weg. Ist ein kleiner Ort, da werden natürlich auch ab sechs die Bordsteine hochgeklappt, ne? Da ist es dann vorbei. Da sagen sich Fuchs und Haas dann auch schon gute Nacht. Dann ist Duddle Du. Hallo, kleine Krabbe. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir da noch jemanden antreffen, den wir noch nicht kennen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir ihn kennengelernt haben. Doch, ich kenne ihn, glaube ich, schon, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Also machen wir das doch. Hätte... Oh, oh. Zehn Uhr. Ich muss nach Hause. Sperrstunde. Keiner hat sich mal auf der Straße rumzutreiben. Ach, guck mal, die Schmiedin hatte ich noch nicht kennengelernt. Ähm, ja, und diverse andere Leute halt, ne? So ein paar bleiben noch offen. Ich denke mal, wir gehen nach Hause. Kleinen Plausch mit der Oma noch halten. Dann ab ins Bettchen, ne? Einige in die Federn. Ach, warte mal, ich wollte nur eine Kartoffel pflanzen. Das war's doch. Die wird doch gekauft. So, komm. Habe ich die Erde damit. Zack, zack. Und gießen? Habe ich noch? Ja, ist noch Wasser drauf. Sehr gut. Wunderbar. Dann gehen wir mal rein. Schauen wir mal, ob die Oma noch... Oh. Ich hoffe, die schläft nur. Sie träumt von Kartoffeln. Ich gehe ins Bett. Ja. Ja. Ich bin müde. Ach, Mist. Auf der anderen Seite steigt die ins Bett. Ja gut. Gute Nacht. Mit Klamotten und allem. Mit Schuhe. Wie man das halt so macht. Das war's. Was ist es. das ist unser === Wunderbar. Wie ist das? Wunderbar! Wie ihr loosen? Wie wie meine Sky- Ja, das hat leider nicht funktioniert. Das können wir besser. So, es ist Dienstag. Ach, herrlich. Dienstag um? Um sieben. Frühmorgens. So, quatschen wir mit der Oma. Ah, die Suppe fertig. Hier. Lena hat uns einiges extra Milch, während du raus warst. Hört sich perfekt an. Und du bist sicher, es hat den richtigen Nr. ...Gillen oder was auch immer. Wir werden nicht, Dinge zu sehen oder in der Mund sehen. Oh nein, wenn ich dir etwas gegeben habe, was dir Dinge zu sehen hat, dann wäre es aufgrund der Grund. Eine Großmutter. Ich bin nur schuldig, Honeybee. Jetzt habe ich noch einiges für dich, das wäre eine große Hilfe, wenn du nicht interessiert. Natürlich, Grandma. Ja, aber natürlich. Dann machen wir doch gerne für die Oma. Ja, dann beeil dich mal. So, ähm, Baumstämme. Ähm, ja. Dann machen wir das mal direkt. Ich wollte das... Ah, gut, dass ihr das sagt. Ich hätte es jetzt nicht vergessen. So, dann mal ein bisschen Wasser draufkippen. Jawohl. Ich muss gleich mal gucken, kann ich eigentlich jetzt schon was anbauen? Also kann ich jetzt schon hier Blumenbeete bauen? Ging ja hier, ne? Ach, guck mal. Ah, okay, brauche ich Holz und Erde. Und da kommt noch mal was dazu und der Kompostbehälter braucht nur, macht aus Unkraut Erde für neue Beete. Alles klar. Das heißt, wir bräuchten erst den Kompostbehälter und dann können wir neue Beete bauen. Aber erstmal holen wir Holz für die Oma. Was lustig ist, wir haben schon eine Axt. Ja, und da geht die Energie schon ziemlich schnell flöten. Das ist ja mal so bei solchen Spielen am Anfang. Ist man noch ein bisschen schlappig und später dann... Aber sie macht halt mit einer Hand. Also das ist schon tough, muss ich sagen. Gut ab. Nicht schlecht. So, Baumstänge. Oh, Entschuldigung, die wollte ich nicht hauen. So, gib Oma das Holz. Das machen wir. Aber weißt du was? Wir holen gleich mal... Nein! Was ist denn los mit dir? Du bist ja aggressiv, sag mal. Ja, jetzt haben wir es dann doch kaputt gehauen. Das wollte ich gar nicht. Jetzt würde ich aber gerne Bretter machen. Wie haben wir nochmal die Bretter bekommen? Was ist denn hier Y? Gut Holz, ja. Ähm... Und dafür brauchte ich dann ja richtige... Oh, richtige Bretter. Ach, da habe ich 14 Stück von. Ich gebe jetzt erstmal bei der Oma... die Quest ab. Und dann schauen wir mal, ob noch was überbleibt. So, wir haben alles gesammelt. Oh, das Holz sieht schön und dreig... ... und bereit, um zu brennen. Great. Danke, dass du das für mich getan hast. Es war kein Problem. Puh. Es war hart gearbeitet, aber... Oh, schau dich an. You're plum tuckered out. What do they teach young girls in the city these days anyway? If you work too hard and don't keep an eye on your energy, you're likely to pass out. But there's an easy solution. Good old-fashioned country cooking. Here's another serving of the soup I made earlier. It'll fix you right up. Sehr schön. Noch mehr Suppe. Das ist gut. Für Ausgabe-Dich-Nicht ist etwas aus deiner Tasche, um wieder zu Kräften zu kommen. Ähm... Das machen wir. Aber jetzt will ich erstmal gucken, ob ich so ein Kompass-Ding bauen kann. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ach, das ist Unkraut. Ja, lass mal bauen, das Ding. Okay, das ist schon stark vorgegeben hier, ne? So, warte mal. Ich würde den aber gerne drehen. Ich hab gesagt, ich würde den gerne... Sag mal, hast du das Ding jetzt da hingestellt? Sag mal. Das ist nicht dein Ernst, ne? Sag mal, ich will das umstellen. Sag mal her. So, hier, ähm... Objekt auswählen. Da hin. Jetzt würde ich es gerne drehen. Ach so, da. Ähm, wo ist denn da vorne? Gibt's wo? Ja, so. Platzieren, ja. Kann ich hier oben auch umstellen. Aber kann ich die... Kann ich die umstellen. Objekt. Ähm, Gegenstand auswählen. Ach, guck mal, das geht auch. Ja, dann... Setzen wir die noch ein bisschen um. Lassen wir einen frei. Ja. Dann könnte da noch einer hin. Ist, glaube ich, besser. Das ist ja mal viel besser. Hm. Ach so, dann machen wir mal. Da muss ich in die Erde reinstecken. Aber wie... Erstmal muss ich an die Erde kommen. Erde. Ach so, Unkraut. Ich brauche mehr Unkraut. Mehr Unkraut braucht der Käpt'n. Da müssen wir mal schauen. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, würde ich sagen. Und... Ja, stellen uns den restlichen Bürger noch vor. Da sind ja nämlich noch ein paar. Die wir kennenlernen sollen. Ach, guck mal hier. Die Schmieden. Hallo. Hallo. Hallo da. Schön, dass du hier eine neue Gesichter sehen kannst. Hi. Ich bin Hazel Wilde's Großvater. Tara. Ach, Hazel war so nett zu mir, als ich hierher verabschiedete. Sie hat mich immer durch eine Gebäude verabschiedet, um zu den alten Mänen zu kommen. Natürlich war das, bevor die Unterstützung und die Entrennung gab. Es gibt immer noch gute Oren da, ich denke. War? Oh, sorry. Ich habe mich nicht zuvor. Ich bin Natalia und ich habe den Blacksmith. Okay, dann wissen wir das jetzt. So, 14 haben wir schon. Acht müssen wir noch. Natalia, kurz eine Snorve. Das konnte ich gar nicht lesen. Ich kann doch keiner aussprechen. Ich möchte unbedingt diese Glocke läuten. Ich hoffe, das kommt noch. Kommen alle hierher. Das wäre praktisch jetzt. Ich lute hier, da kommen die alle her. Ich lerne die alle kennen. Das wäre natürlich perfekt. Kann ich mich ersetzen? Nein, leider kann ich das nicht. Ja, das soll es immer gewesen sein für die erste Folge. Der Einstieg ist gemacht. Wir sind noch nicht ganz so weit wie bei der Demo. Kommen wir aber noch hin. Ich glaube, es ist eine gute Idee, nochmal von neu anzufangen. Weil so ein paar Sachen weiß ich auch gar nicht mehr. Ja, wunderbar. Und ich würde mich dann freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaltet. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.